Wenn du dir Webseiten von sogenannten Experten anschaust, die dir helfen können, eine zweite Staatsbürgerschaft zum Beispiel per Investition zu erwerben, dann stellen diese oftmals Vorteile vor, welche eine solche Staatsangehörigkeit angeblich für dich haben soll. Die Tatsache ist, dass es sich bei den meisten dieser Vorteile um blanken Unsinn handelt und dass diese sogenannten Vorteile in Wirklichkeit überhaupt keine Vorteile für einen Deutschen sind, beziehungsweise er dafür ganz sicherlich keine zweite Staatsbürgerschaft braucht. Ich werde dir in diesem Video 10 der häufig verbreitetsten Mythen und Lügen zur zweiten Staatsbürgerschaft präsentieren. Vorteile, die eigentlich keine Vorteile sind und die du überhaupt nicht brauchst, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wie du vielleicht weißt, kann man seit Ende Juni 2024 auch als Deutscher eine zweite Staatsbürgerschaft in einem Drittstaat ganz einfach erwerben. Früher musste man dort ja noch eine sogenannte Beibehaltung beantragen. Das muss man jetzt nicht mehr. Man kann die deutsche Staatsbürgerschaft beibehalten, selbst wenn man eine Staatsbürgerschaft aus einem Nicht-EU-Staat annimmt. Man muss auch den Erwerb dieser zweiten Staatsbürgerschaft nirgendwo melden. Wie ich schon eingangs gesagt habe, gibt es jede Menge Anbieter, die dich beim Erwerb einer solchen zweiten Staatsbürgerschaft vor allen Dingen jener bei Investment hier unterstützen können. Und wenn du dir deren Webseite anschaust oder Social Media auftritt, wirst du sehen, dass die dort von allen möglichen Vorteilen sprechen, die diese Staatsangehörigkeiten angeblich für dich haben können. Die Tatsache ist, wenn man das mal genau analysiert, dass die meisten dieser Vorteile totaler Quatsch sind. Als Deutscher hast du solche Vorteile nicht bzw. sie sind überhaupt nicht relevant für dich, denn die deutsche Staatsbürgerschaft hat ja schon die dort angesprochenen Vorteile. Und das ist also alles Kokolores, von dem dort gesprochen wird. Ich werde dich gleich mal hier zu zehn solchen sogenannten Vorteilen, meiner Meinung nach Mythen und Lügen, hier aufklären. In einem zweiten Video, das wir in ein paar Tagen senden werden, werde ich dir dann vorstellen, was die echten Vorteile einer solchen Staatsbürgerschaft für einen Deutschen sind. Und da gibt es tatsächlich einige sehr gewichtige Gründe. Also lass es mich ganz klar sagen, die zweite Staatsbürgerschaft ist absolut interessant und attraktiv für dich. Aber lass sie dir nicht verkaufen wegen sogenannter Vorteile, die gar keine Vorteile sind. Dann ist nämlich möglicherweise die Enttäuschung bei dir groß. Zunächst mal möchte ich aber nochmal für dich einordnen, wer eigentlich solche zweiten Staatsbürgerschaften, vor allen Dingen jene per Investment, beantragt. Die Karibikinsel Grenada veröffentlicht dazu regelmäßig Informationen. Und die Informationen aus dem zweiten Quartal 2024 von Grenada liegen uns jetzt vor. Und hier kann man ganz genau sehen, wer eigentlich solche Staatsbürgerschaften beantragt. Hier sind also die Zahlen schön aufbereitet. Im zweiten Quartal 2024 wurden insgesamt 148 Anträge in Grenada gestellt. Die meisten Anträge wurden von Chinesen gestellt, dann Nigerianer, dann US-Amerikaner, Inder, Libanesen, Vietnamesen, Algerianer, Iraker, Pakistani, Türken, Ukrainer, Südafrikaner, Syrer und dann noch ein paar andere. Deutsche sind hier gar nicht vertreten interessanterweise oder eben vielleicht bei den anderen dabei. Aber hier kannst du schon sehen, um was es sich für Leute handelt, die traditionell solche Staatsbürgerschaften beantragt haben. Es geht nämlich um Leute, die einen ganz schlechten Pass haben, den du eigentlich direkt in die Tonne treten kannst. Weil du im Grunde genommen damit nicht wirklich reisen kannst, immer ein Visum benötigst, was natürlich für Geschäftsleute zum Beispiel sehr lästig ist. Für solche Personen ist eine solche zweite Staatsbürgerschaft natürlich ihr Geld absolut wert, denn diese können dann ohne Visum zum Beispiel in den Schengen-Raum der EU einreisen. Bisher brauchen sie dafür ein Visum. Das heißt, bei den sogenannten Vorteilen, die ich jetzt hier gleich auflisten werde, musst du immer diese Nationalitäten im Hintergrund haben. Das heißt, für diese Nationalitäten, für unseren armen Libanesen oder für unseren armen Syrer, hat vielleicht die zweite Staatsbürgerschaft tatsächlich die hier genannten Vorteile. Aber natürlich für einen Deutschen absolut nicht. Das heißt, ein Deutscher beantragt eine solche Staatsbürgerschaft nicht aus den gleichen Gründen wie ein Syrer. Er hat komplett andere Gründe und hat daher komplett andere Vorteile, die sich aus der Staatsbürgerschaft hier für ihn ergeben. Aber der Berater, der versucht, solche Staatsbürgerschaften zu verkloppen, der hat es sich natürlich einfach gemacht. Der hat ja einfach die englische Webseite auf Deutsch übersetzt und versuchte jetzt, die teue Staatsbürgerschaft anzudrehen mit dem gleichen Verkaufstrick, wie er sie auch Indern, Pakistani und Chinesen verkauft hat. Aber wie gesagt, hier darfst du dich nicht verwirren lassen. Als Deutscher sind diese Vorteile für dich absolut irrelevant, wie ich dir jetzt gleich präsentieren werde. Kommen wir nun also zu der Liste. Eine Liste der zehn bekanntesten Mythen zu angeblichen Vorteilen, die zweite Staatsbürgerschaften bzw. Citizenship per Investments hier für dich als Deutschen haben sollen. Mythos 1. Mobilität und visumsfreies Reisen. Dort wird also verkündet, dass du mit diesen zweiten Staatsbürgerschaften bisher ungekannte Mobilität und Reisefreiheit genießen kannst. Wer sich das allerdings mal genau anschaut, der wird schnell feststellen, dass das totaler Quatsch ist. Schauen wir uns zum Beispiel mal Zendusha an. Zendusha ist eine dieser fünf Karibikinseln, für welche man Pässe erwerben kann. Damit kannst du in 146 Länder einreisen. Mit dem Pass aus Singapur, er ist weltweit der beste Pass, kannst du in 195 Länder einreisen. Jetzt kommt es aber. Der deutsche Pass ist der zweitbeste Pass der Welt, zusammen mit Frankreich, Italien und Spanien. Mit Pässen aus allen dieser Länder kannst du in 192 Länder visumsfrei einreisen. Also nochmal, der deutsche Pass, der zweitbeste Pass der Welt in puncto Mobilität und visumsfreies Reisen. Wenn dir hier irgendjemand erzählen will, dass du dazu einen zweiten Pass brauchst, ich würde empfehlen, du zeigst ihm einen Vogel und sagst, der soll sich mal seine Unterlagen besser anschauen. Der zweite Vorteil, der oftmals konfrontiert wird, ist, dass man angeblich mit einem solchen zweiten Pass ein E2-Visum in den USA beantragen könne. Nun, das stimmt, mit dem Pass von Grenada, auch einer jener Karibikinseln, kannst du tatsächlich ein E2-Visum in den USA beantragen. Das E2-Visum ist ein sehr gutes Visum in den USA, es ist ein Investorenvisum, da kannst du einen kleinen Betrag investieren, 100.000 Dollar oder sowas. Und dann bekommst du dort das E2-Visum, ein hervorragendes Visum. Wir helfen vielen Mandanten dabei. Aber natürlich als Deutscher musst du dafür keinen Pass haben von Grenada, denn das kannst du auch mit dem deutschen Pass. Und noch besser, Deutschland ist auch für das E1-Visum Abkommensstaat der USA. Das E1-Visum ist zum Teil nochmal besser, sogar als das E2-Visum, wenn du schon ein bestehendes Unternehmen in Deutschland hast, das Business mit den USA hat. Dann brauchst du nicht mal in den USA eine Firma gründen oder irgendwas zu investieren. Dann kannst du einfach aufgrund der Tatsache, dass du ein deutsches Unternehmen hast, das Business in den USA macht, ein Visum für die USA erhalten. Das ist das E1-Visum. Also auch hier, dass angeblich ein solcher Pass aus dem Ausland dafür notwendig sein sollte, ist totaler Quatsch. Der dritte Mythos und angebliche Vorteil eines solchen Passes, eines solchen Citizenship bei Investment soll sein, dass du dann im Paradies leben kannst. Nun, ich weiß nicht, ob du schon mal auf diesen Karibik-Inseln warst. Ich würde dir ansonsten auf jeden Fall dort eine Reise hin empfehlen. Tatsächlich sind nicht alle so paradiesisch, wie man sich das vorstellt. Wir raten allen Mandanten davor ab, die sich einen solchen Pass kaufen wollen, dort ein Immobilieninvestment zu tätigen. Klar, auf diesen Inseln gibt es überall schöne Spots, aber im Großen und Ganzen kann man davon wirklich nur abraten. Denn vielfach sind die Inseln heruntergekommen. Vielfach ist dort natürlich auch sehr viel sehr offensichtliche Armut. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist natürlich sehr groß. Natürlich, es gibt Ausnahmen. Grenada zum Beispiel, hatte ich gerade eben schon erwähnt, ist tatsächlich eine schöne Insel. Und auf allen Inseln gibt es wirklich auch sehr schöne Orte, das muss man ganz klar sagen. Dort stehen dann Luxushotels drin. Aber wenn du dort in der Karibik leben möchtest, brauchst du natürlich dafür keine Staatsbürgerschaft. Du kannst in vielen südamerikanischen, lateinamerikanischen oder auch karibischen Ländern leben, wie zum Beispiel Bahamas, Panama oder die Domrep, ohne dass du dort einen Cent investieren musst. Genauso wie in Mexiko zum Beispiel auch. Du musst dein gewisses Einkommen nachweisen und dann bekommst du dort einen Aufenthaltstitel. Also dafür einen Pass zu beantragen, das ist nun wirklich nicht notwendig. Tatsächlich ist es so, dass du gerade bei diesen Karibikpässen nicht mal für einen einzigen Tag dort einen Fuß auf diese Insel setzen musst. Die meisten Mandanten gehen da auch nie hin, sondern beschaffen diese Pässe, lassen sich das zuschicken. Und das geht sozusagen alles hier aus der Ferne. Das vierte Gerücht, das hier verbreitet wird, der vierte Vorteil, der hier verkauft wird einer solchen Staatsbürgerschaft, ist politische und wirtschaftliche Stabilität. Nun, jetzt denkt dran bitte, an wen sich solche Pässe ursprünglich richten, nämlich an unsere armen Libanesen und die armen Syren. Da stimmt das natürlich. Sicherlich ist jetzt Senlusha oder auch Grenada oder Tiguan-Berbuda sicherlich wirtschaftlich stabiler als in Syrien und der Libanon. Aber Deutschland, wirklich? Die politisch stabilsten fünf Länder der Welt 2024 sind Schweden, Norwegen, Belgien, Schweiz und Deutschland. Und in allen diesen fünf Ländern kannst du mit dem deutschen Pass leben. Da brauchst du keinen Zweitpass aus der Karibik oder sowas. Wie gesagt, Syrer, Libanesen und sowas, ganz klar, eine völlig andere Situation. Aber für Deutsche trifft das sicherlich nicht zu. Gerücht Nummer fünf. Was sind weitere angebliche Vorteile eines solchen Zweitpasses? Nun, man sagt hier vielfach, man kann dann international Geschäfte machen. Nun, ich kann mir Folgendes vorstellen, was damit gemeint ist. Wenn du jetzt Libanese bist oder Syrer, dann ist natürlich ein solcher Pass für dich ein echter Vorteil. Denn dann kannst du ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen und kannst dort Meetings machen, kannst dort Geschäfte machen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber für einen Deutschen, der in 192 Länder visumsfrei einreisen kann. Also, wenn du mit dem deutschen Pass es nicht schaffst, international Geschäfte zu machen, dann tut es mir leid. Dann wird es dir auch mit dem Pass von Zendusha oder Antigua und Babuda nicht gelingen. Das ist nun wirklich keine Sache, für welche du einen Pass brauchst. Wir kommen zu Mythos Nummer sechs. Angebliche Vorteile einer zweiten Staatsbürgerschaft oder vielfach auch einer Citizenship by Investment. Hier wird von Top-Bildungsangeboten, funktionierenden Gesundheitssystemen und hoher Lebensqualität gesprochen, von der du profitieren kannst, wenn du einen solchen Pass hast. Nun, ein weiterer Punkt, den ich sehr schwierig finde nachzuvollziehen. Okay, du kannst dann mit einem solchen Pass vielleicht nach Antigua und Babuda, St. Lucia, Grenada, St. Kitts & Nevis umziehen. Ich weiß nicht, ob die wirklich Top-Bildungsangebote haben. Mir ist bekannt, dass es z.B. auf Grenada eine ziemlich gute Universität gibt, wo man Medizin studieren kann, wenn man das möchte. Dann kannst du auch in den USA später Doktor werden oder im gesamten englischsprachigen Raum. Aber für den Deutschen ist das natürlich alles komplett Unnötiges, Blabla. Denn schauen wir uns mal an, wie die 100 Top-Universitäten weltweit verteilt sind. 36 befinden sich in den USA, 24 befinden sich in der EU und in der Schweiz, 12 in China, 11 in UK. Also, in 24 der Top-Universitäten kannst du auch ohne Visum studieren, ja, mit deinem deutschen Pass. Wenn du jetzt wirklich in den USA, in UK oder in China studieren willst, dann kannst du selbstverständlich dort ein Visum beantragen. Es ist sehr einfach, Studenten-Visa zu bekommen, fast in jedem Land, glaubst du mir. Also, ich denke hier zu behaupten, dass du einen zweiten Pass brauchst, um ein gutes Bildungssystem zu benutzen, das ist wirklich komplettes Blabla. Das ist totaler Quatsch. Schauen wir uns die Gesundheitssysteme an. Die 10 Länder mit den besten Gesundheitssystemen weltweit 2024 sind Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Israel, Norwegen, Island, Schweden, Schweiz. Von diesen 10 Ländern kannst du in 4 als EU-Bürger und als Deutscher leben. In den anderen vielleicht nicht, aber garantiert bräuchst du auch in den anderen ein Visum, um damit mit einem Karibikpass zum Beispiel zu leben. Hier bringt dir der Karibikpass also überhaupt nichts. Natürlich ist das Visum viel einfacher, mit dem deutschen Pass zu bekommen. Kommen wir zum dritten Punkt, der hier inkludiert war, nämlich die sogenannte Lebensqualität. Die 10 Länder mit der höchsten Lebensqualität weltweit sind Schweiz, Norwegen, Island, Hongkong, Schweden, Dänemark, Deutschland, Irland, Singapur, Australien. Das heißt, mit dem deutschen Pass kannst du in 7 der Länder leben, die weltweit die höchste Lebensqualität haben. Alle Listen, die ich dir zeige, sind übrigens aus verschiedenen Veröffentlichungen entnommen. Links dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Also auch dieser Punkt, dass man eben mit diesem Zweitpass ein besonders gutes Gesundheitssystem nutzen könnte, Bildungsangebote, Lebensqualität, bla bla bla, stimmt alles nicht, wenn du den deutschen Pass hast. Wie gesagt, wenn du natürlich Syrier bist oder Libanese und dann kannst du dann auf diese Karibikinseln umziehen, dann ist das vermutlich im Vergleich zu Syrien und zum Libanon eine sehr hohe Lebensqualität, ein gutes Gesundheitssystem und ein anständiges Bildungssystem. Aber für einen deutschen, wie gesagt, komplett irrelevant. Vorteil Nummer 7 oder sollte ich besser sagen angeblicher Vorteil ist, dass man angeblich Vermögenswerte und Bankkonten in anderen Ländern haben kann. Auch das eine Sache, die absolut keinen Sinn für mich macht. Denn auch mit dem deutschen Pass kannst du ohne weiteres Bankkonten in anderen Ländern eröffnen. Du kannst auch Vermögen in anderen Ländern haben. Wir reden ja regelmäßig davon. Da gibt es keine Meldepflicht. Du kannst Konten überall eröffnen. Das ist komplett legal. Du musst es nicht dem Finanzamt melden. Es ist auch egal, wenn dort kein Informationsaustausch stattfindet. Solange du die Einkünfte, die auf dieses Konto fließen, in deiner Steuerklärung angibst, kannst du weltweit Konten haben, wo du willst. Es ist tatsächlich auch so, dass deutsche Kunden, also Kunden, die einen deutschen Pass haben und in Deutschland wohnen, sehr beliebt sind bei Banken. Das heißt, es wird keinen Pass geben, mit dem du mehr Konten weltweit eröffnen kannst, als mit einem deutschen Pass, wenn du in Deutschland wohnst. In der Tat ist es sehr schwierig oftmals für Mandanten, die gerade in exotische Länder umziehen, dann ihre Konten in der EU, in der Schweiz oder in Liechtenstein beizubehalten. Weil vielfach sind die Banken hier extrem restriktiv. Das hat aber natürlich mit der Staatsangehörigkeit nichts zu tun, außer vielleicht bei Personen, die aus Russland kommen oder Nordkorea. Da wird man auch hier an der Staatsangehörigkeit vielleicht so einiges festmachen, wie Sanktionen zum Beispiel. Aber grundsätzlich geht es hierbei nur darum, wo du wohnst. Also vielfach ist die Staatsbürgerschaft und der Pass komplett irrelevant. Wir kommen zu Vorteil Nummer 8, welchen du angeblich in einem zweiten Pass hast. Da wird dann von vorteilhaften steuerlichen Regelungen besprochen. Auch hier ist mir absolut nicht klar, was damit gemeint sein soll. Sicherlich, du kannst, wenn du diesen Pass hast, dann in einem steuerfreien Land leben. Manche dieser Länder, wo du einen solchen Pass bekommst, sind ja steuerfrei. Das geht, aber ich meine, als Deutscher kannst du ja in zig steuerfreien Ländern leben, alleine schon hier in Europa, ohne dass du hier einen solchen Pass brauchst. Und in anderen Ländern ist es sehr einfach, vielfach einen Aufenthaltstitel zu bekommen, auch ohne Investition, ohne dass du da eine Immobilie kaufst oder sonst irgendwas. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Panama, Dominikanische Republik und solche Länder, in denen letztlich Einkünfte steuerfrei sind, da musst du de facto gar nichts bezahlen. Einfach nachzuweisen, dass du hier gewisse monatliche Einkünfte hast, reicht komplett aus. Auch zum Beispiel die erweiter beschränkte Steuerpflicht in Deutschland, unter die fällst du trotzdem, selbst wenn du eine zweite Staatsbürgerschaft hast. Nur wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben würdest, Jahre bevor du wegziehst, dann kannst du der entkommen. Also auch hier sehe ich keinerlei steuerliche Vorteile. Kommen wir zu Punkt 9, Mythos 9 oder Lüge 9, zu den angeblichen Vorteilen zweiter Staatsbürgerschaften. Internationale Diversifizierung von Vermögen. Auch hier absolut nicht klar, warum hier ein ausländischer Pass einer solchen Karibikinsel oder sowas notwendig wäre. Das kannst du ohne Beides auch mit einem deutschen Pass machen. Die öffnen sich mit einem deutschen Pass Tor und Türen. Die Deutschen sind sehr respektiert. Deutschland ist sehr respektiert im Ausland. Du wirst hier keinerlei Probleme haben, irgendwo Vermögen zu erwerben im Ausland. Garantiert wird das einfacher sein als mit einem solchen Karibikpass zum Beispiel. Kommen wir zum zehnten und letzten Punkt, zum zehnten und letzten angeblichen Vorteil einer solchen doppelten Staatsangehörigkeit. Vielfach einer Staatsangehörigkeit per Investment und welche diese für dich als Deutschen angeblich haben soll. Hierbei geht es um das Image des Landes. Das heißt also, wenn dein Land ein schlechtes Image hat, wie zum Beispiel Russland, dann kann das auch für den Inhaber eines solchen Passes Nachteile haben. Und daher im Umkehrschluss, wenn du einen Pass eines Landes hast, welches ein gutes Image hat, dann hast du hier in der Welt nichts zu befürchten. Jeder will mit dir Business machen. Jeder will dir ein Konto geben und so weiter und so fort. Es mag natürlich sein, dass bei Ländern wie Russland oder auch Syrien sich das schlechte Image des Landes dann hier auf den Bürger abfärbt und er damit dann Nachteile hat. Als Deutscher ist sowas natürlich absolut nicht zu befürchten, denn Deutschland hat international ein sehr gutes Ansehen. Hier habe ich zum Beispiel mal drei Statistiken aufbereitet. Hier der sogenannte Good Country Index von 2023. Hier Deutschland an dritter Stelle nach Schweden oder Dänemark. Hier die nächste Statistik von Ipsos, der Nation Brands Index von 2023. Deutschland nach Japan an zweiter Stelle. Also Deutschland ist das Land weltweit, das nach Japan das beste Image hier sozusagen hat. Die dritte Statistik ist Bloom Consulting. Hier geht es um die Reputation von Ländern, Regionen und Städten. Und auch hier Deutschland an zweiter Stelle nach UK. So, nun mag man hier solchen Statistiken, solchen Rankings hier Glauben schenken oder nicht. Fest steht, der deutsche Pass hat eine sehr gute Reputation. Deutschland hat als Land eine sehr gute Reputation. Das wäre eine solche Karibikinsel oder ein anderes Land, was einen solchen Pass hier verkauft, niemals bieten können. So, das Ganze mag sich vielleicht für dich jetzt anhören, als würde ich dir abraten, einen solchen Pass zu kaufen. Und das ist absolut nicht so. Ich bin absolut dafür, dass du als Deutscher unter den richtigen Bedingungen einen zweiten Pass dir zulegst, eine zweite Staatsbürgerschaft dir zulegst. Ob das jetzt per Investment oder per Einbürgerung ist, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ja, diese Citizenship by Investment haben große Vorteile. Du hast den Pass sehr schnell. Es ist sehr berechenbar. Und tatsächlich haben solche Pässe auch große Vorteile, auch für Deutsche. Denn was gerade in Deutschland passiert und auch in anderen Ländern der EU, ist natürlich besorgniserregend. Wir erzählen es auf diesem Kanal immer wieder. Das heißt, es gibt tatsächlich handfeste, wichtige, langfristige Vorteile, die ein solcher Pass für dich haben kann. Es sind aber keine Vorteile, in deren Genuss du sofort kommst, sobald du diese Staatsbürgerschaft hast. Wie es vielleicht bei Syrern oder Libanesen der Fall ist, die eine solche Staatsbürgerschaft erwerben. Als Deutscher hast du ausschließlich langfristige Vorteile. Über diese Vorteile werde ich in einem separaten Video sprechen. Wenn dich das Thema zweite Staatsbürgerschaften auch interessiert, dann würde ich dir vorschlagen, jetzt eine Beratung zu buchen mit meinem Kollegen Daniel. Der ist bei uns intern hier auf diese Themen spezialisiert. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Daniel hat schon vielen Mandanten geholfen, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Er kann dich umfassend zu diesen Themen beraten und kann dir die Vorteile dieser zweiten Staatsbürgerschaft genau erläutern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.